FUTA Network, Phase 0, Demo-Video 28, wobei ich gar nicht mehr von den Demo-Videos jetzt sprechen möchte, sondern bei den letzten drei Videos geht es um die Vision, Strategie und die Argumentation dahinter, warum das alles sinnvoll und erforderlich sein sollte aus meiner Perspektive. Und ich hatte in einem der ersten Videos, nämlich in dem Phase 5 Video, diese Folie gebaut, die mit den übergeordneten Sustainable Development Goals, den Global Goals und hier den SDG 12 hinterlegt ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir an einem Punkt stehen, wo sich die Gesellschaft weiter verändert. Und das FUTA Network soll eben nachhaltigen Konsum fördern und das Teilen untereinander mit Fremden befähigen. Und falls du noch nicht so viel von den SDGs gehört hast, hier der Timer und einmal ein Schnelldurchlauf. Die Sustainable Development Goals sind seit, muss ich mal gucken, wo ich hier reinschaue, genau, sind seit 2015, also jetzt seit fünf Jahren, ausgelegt auf die nächsten 15 Jahre, um unsere Welt unter gleichen Zielen besser zu machen. Und die 17 Global Goals, die findest du unter globalgoals.org. Das ist aus meiner Perspektive eine sehr unterschätzte Idee. Sie ist zwar weltweit verbreitet, aber noch nicht alle, noch nicht bei allen ist es angekommen. Und als Mannheimer Bürger bin ich besonders stolz, dass die Stadt Mannheim da natürlich auch einer der Vorreiter ist und sich sehr stark an den Global Goals orientiert. Also wir haben hier das Ganze auf Englisch mal hier, No Poverty, Zero Hunger. Also es geht nicht nur um die eine Dimension, Nachhaltigkeit und das, was man jetzt auch aus Fridays for Future so kennt und die Trends, die es so gibt, Plastik-Sparbuch oder Zero Waste, das ist jetzt sozusagen nur eine Dimension. Und die Global Goals, die bis 2030 ausgelegt sind, die haben eben diese 17 Dimensionen, die auch unterteilt sind in Unterziele. Und das FIOTA Network zahlt auf den Responsible Consumption and Production SDG 12 ein. Also wenn man sich das mal anschaut, Ensure Sustainable Consumption and Production. Und da kann man sich mal durchklicken und sich damit beschäftigen. Ich finde, es ist eine hervorragende Leitplanke, wie man selbst aktiv werden kann. Für diejenigen, die in Deutsch, nein, in Englisch vielleicht nicht ganz so fit sind, das Ganze auch unter 17ziele.de. Und hier habe ich mal das 12. Nachhaltiger Konsum- und Produktions-SDG rausgeholt. Und hier gibt es ein schönes Zitat. Immer wieder gibt der Mensch Geld aus, das er nicht hat für Dinge, die er nicht braucht, um damit Leuten zu imponieren, die er nicht mag. Bei Danny Cain. Das finde ich eigentlich super passend, weil wir sind in einer Überproduktionsgesellschaft. Uns geht es, auch wenn manche auch in Deutschland leider einer ganz anderen Meinung sind, uns geht es hier richtig gut grundsätzlich in unserem Land. Und man kann eigentlich relativ stolz sein, in einem Gebiet zu wohnen, das stabil ist und keinen Krieg hat. Und diese 17 Ziele, da kann man sich gerne mal durchnavigieren. Und ich finde es besonders wichtig, das zu wissen, dass man auch eben nicht sich eigene Gedanken machen muss, sondern sich daran orientieren kann. Und die UN hat das eben ins Leben gerufen. Und ich finde das unheimlich wichtig, sich jetzt nicht das Rad selbst zu erfinden, sondern sich daran zu orientieren. Und für das SDG 12 gibt es hier auch nochmal Unterziele, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, natürliche Ressourcen, weniger Nahrungsmittel verschwenden, Abfälle. Also du kannst, auch wenn du nur eine Person bist, in deinem Alltag relativ viel dieser Ziele umsetzen. Und ja, ich habe eben im SDG 12 das passendste SDG für das FUTA-Network gefunden. Eine andere Perspektive für die letzten drei Minuten. Ich sagte es schon, wir sind in einer, ja, Wellbeing, in einer wohlhabenden Gesellschaft. Und für viele Menschen wird ja Wohlstand durch Geld definiert. Aber die Dimension, und das ist die Idee hinter den OECD, Better Life Index, besteht eben nicht nur aus den Einkommensverhältnissen, sondern elf weiteren Perspektiven. Und wenn man das mal hier für zum Beispiel Baden-Württemberg rausnimmt, ist eben die Perspektive in unserer Wohlstandgesellschaft nicht nur ein stabiler Job oder ein sicheres Umfeld, sondern da gehören auch ganz andere Perspektiven dazu. Damit kann man sich gerne mal beschäftigen. Und wenn man einfach mal in Länder schaut, ich klicke jetzt vielleicht einfach mal exemplarisch hier auf die Türkei, da sind viele Ausprägungen nicht so intensiv und nicht so gut ausgeprägt wie bei uns. Also wenn man da einmal um den Globus geht, Israel ist sicherlich vielleicht an anderer Stelle besser ausgeprägt. Man kann sich hier auch mal vergleichen, finde ich jetzt ganz interessant. Wo ich damit hinaus möchte, ist, dass eben diese Wohlstandsperspektive und unser Konsumverhalten dazu führt, dass man auch mal über den Tellerrand schauen muss. Und ein Ansatz ist zum Beispiel eben nicht in einer Dimension das Ganze zu bewerten. Ich habe hier eine Folie vom Forum Anthropozän. Es gibt ein hervorragendes Buch von Daniel Dahm, der über die Sustainability Zero Line geschrieben hat. Und ich scrolle hier nur auf die Schnelle mal durch. Also wir wissen alle, dass die planetären Grenzen erreicht sind oder in vielen Hinsichten schon erreicht wurden oder übererfüllt sind. Und wenn wir eben nachhaltig wirtschaften wollen zukünftig, dann braucht es eine weitere Perspektive. Und es gibt hier diese sehr breit gefasste Perspektive, die in der Sustainability Zero Line aufgemalt wird. Es geht da eben nicht nur um Wachstum und die Perspektive Wohlstand für alle, sondern das Ganze muss eben einheitlich oder ganzheitlich argumentiert werden. Und ich springe jetzt hier nochmal weiter auf meinen letzten Teil, in den letzten 20 Sekunden. Und zwar gibt es hier einen, den Herman Daly, der relativ interessante Publikationen veröffentlicht hat und häufig zitiert wird. Und da findet sich auch die Herman Daly Pyramid, die eben darauf beruht, und jetzt ist die Zeit auch um, dass die Naturressourcen unsere Basis sind und unser Wellbeing natürlich oben an der Spitze ist. Aber sobald wir das eben umdrehen und uns zu sehr in den Fokus drücken, dann rückt das alles auseinander. Und mein Plädoyer ist, lasst uns vielleicht auch die Phase jetzt nach der Pandemie, die wird sich sicherlich ein Stückchen weiter verändern, aber auch nutzen, um eben alternative Modelle und Ideen umzusetzen, die bisher vielleicht zu stark auf diese eine Dimension, zum Beispiel Kapital, also der Geldansatz, nicht alles nur auf diese Faktor zu reduzieren, sondern uns breiter aufzustellen. Und das ist für mich die Basis, warum ich glaube, dass wir mit der FIOTA, mit dem FIOTA Network und dem Sharing-Netzwerk und den Sharing-Verträgen zwischen Menschen einfach eine bessere Zukunft schaffen können. Danke für deine, na ja, ein bisschen länger als sieben Minuten und es folgen noch zwei weitere Videos. Bis dann!